Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Wigberg, der Version 7 für Emergency 4. Ja, der letzte Einsatz, den wir hatten, das war ja, was war das überhaupt nochmal? Ah ja, genau, dieser Feldbrand. Hat das Korn mal richtig gebrannt, würde ich mal sagen. Aber wir haben es ja löschen können. Ja, blöd ist natürlich, dass da so wenig Wassermöglichkeiten sind, ne? Weil ich noch fragen wollte, das würde mich mal interessieren. Und zwar, wie ist... Servus, der Juri. Was hat er denn? Hier liegt eine dicke Eiche auf der Stände. Alles klar, mein Bester, wir kommen. Wir machen uns auf den Weg. Und werden die Eiche Zersiegen. Wir werden auf jeden Fall kommen. Warum da auch immer wieder, also... Naja, gut, okay. Halt so schlimm, aber... Ähm... Ich finde das irgendwie ein bisschen doof, ein TLF rauszuschicken dafür, oder? Na ja, gut. Schauen wir es uns an. Zersägen war die Eiche. Die Eiche werden wir zersägen und zur Seite packen. Ähm... Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob da, äh... Die Polizei schon mitkommt. Ich weiß es gar nicht. Äh... Aber das sehen wir ja gleich. So, da sind wir. So, einmal kurz gucken, wo... Wo liegt sie denn? Wo liegt sie? Hier ist sie nicht. Schöne Gegend hier, ne? Da lasst zum Beispiel, wenn es jetzt hier brennen würde, dann... Liegt da ein Fahrrad drin? Leute, hier liegt ein Fahrrad drin. Ich werde verrückt. So, ein Geilkürchen, 31, LF 10, ist aus zum Tanken. Einsatzbereit über Melder kommen. Ähm... Ihr Leitschillikarferansberg verschanden. Ähm... Könnt ihr mir mal bitte sagen, wo der... Wo der Baum liegen soll? Also ich habe noch keinen gesehen. Wo liegt der Baum? Mein Freund, der Baum... Wo liegt die? Leute, hier liegt doch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Liegt der hier oben? Äh, ist doch nicht wahr, ne? Warum fährst du nicht drumrum? Das gibt's ja gar nicht, Mann. Fahrzeug, 21, hört. Was gibt's? So, Kollege, dann mach du mal Folgendes. Du ziehst dir mal... ...Schnittschutzkleidung ein. Du machst mal die erste Lage-Meldung. Fahrzeug, 21, hört. So, und dann zersäbeln wir das Teil mal eben. Bekannte 32, HLF 20. Erste Lage, Baumhoffstraße. Kennen Sie gehört vorgenommen. Weitere Rückmeldung vorbekommen. Verstanden. So, dann komm mal ran mit deiner Kettlinie hier. Sofort. Was gibt's? Du holst ja mal ein Besen. Jochen? Wie geht's? Von der Schlaren 2b-1b-1b-2b. Aber das ist ja schon. Wir müssen noch ein Besen. Was geht's? Los geht's! Was geht's? Schon unterwegs! Okay Ja, wird doch mal eben zersiegt hier Fahrzeug 20, höre! Fahrzeug 21, höre! Was gibt's? Was gibt's? Auf dem Weg! Höre! Alles klar! Wir sind erledigt! Wir sind unterwegs! Höre! Kein Problem! Schon unterwegs! Höre! Los gemacht! Ja? Okay! Los geht's! Höre! Höre! Kein Problem! Ja, ja, ja! Ja, die Bäume zersiegt hier! Höre! Alles von der Straße gezogen werden! Höre! 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 Auf dem Weg! Auf dem Weg! Ja! Dann verstaue das Ganze mal wieder! Höre! Dann zieh dich mal wieder! Dann zieh dich mal wieder vernünftig an! So! Ja? Ihr haut jetzt die restlichen Dinger hier von der Straße! Wird erledigt! Was gibt's? Was gibt's? Wird gemacht! No! Ja? Auf dem Weg! Höre! Wird erledigt! No! Höre! Au! Auch dem Weg! Höre! Alles klar! Was gibt's? Okay! So! Wo kommen die noch weg? Höre! Wir werden erledigt! Niiuh! So! Und dann sollte das eigentlich reichen. Gucken, wie es hier aussieht. Die können da liegen bleiben, der liegt vielleicht noch ein bisschen beschissen hier. Die ziehe ich jetzt aber auch noch hier rüber. Auf dem Weg. Oh ja, auch mal ein Besen. Ja, auf dem Weg. Hä? Hau rein! Es ist dunkel. Der geht mir hier um, Keks, mit seinem Auto hier. Höre, alles klar. So, da hast du weggetan. Hau rein! Hau rein! Hau rein! Bin unterwegs! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Ia ropeí! Abschliessende Lagemeldung. Hau rein! Hau rein! Hallo! Hau rein! Geseitig, Straße wurde freigeräumt und mit Besen gereinigt. Die Feuerwehr rückt ein. Leitschermikroßbahnverstand verstanden. Auf dem Weg. Ja. Bin unterwegs. Entschuldigung. So, ihr könnt alle nach Hause gehen hier. Höre. Geilenkirchen NLF2 von der Südkosanzberg. Geilenkirchen NLF2 gehört. Bin unterwegs. Ja, FTW V8. Nachforderung der Notarzt für Schwersttherapie. Ja. Verstanden. So, dann mal rein. Und ab mal ohne. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Auf dem Weg. Wieso sagt ihr absitzen? Was ist denn? Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 21 hört. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 21 hört. Ja. Auf dem Weg. Fahrzeug 21 hört. Ich lasse die schon alle reinfahren. Fahrzeug 19 hört. Fahrzeug 19 hört. Ich bin unterwegs. Da kommt Leute. Steigt ein. Wir wollen nach Hause. Bin unterwegs. Wir wollen nach Hause. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 21 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 21 hört. So, der hat Feierabend, der kann auch wieder einsteigen, den haben wir gar nicht gebraucht. Und dann kann der auch einfahren. Okay, und weg. Okay, Einsatz erledigt, würde ich mal so sagen. Baum zersicht. Hört sich irgendwie doof an, Baum zersicht. Aber es ist so, wir haben den Baum zersicht. Wir haben ihn zerlegt. Auf Deutsch gesagt. Und zack. Späne nicht beseitigt, sagt er. Leute, hier liegt nichts mehr. Nichts mehr liegt hier. Späne nicht beseitigt. Guckt doch mal, die Straße ist doch sauber. Alles sauber. Alles sauber. Aber ist mir egal. Ich habe den Job auf jeden Fall erledigt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.